Ich bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hecke mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Düden. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind meint. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Lass du dir eigentlich selber zu. Was war das? Hallo. Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich seh mal nah. Besser Nate. Halte ich an dem Plan, die mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die Scandesysteme. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Damm ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Scheiße. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hacker-Tage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Der Familie? Nein. Ich versuche dich. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Ich komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Das war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. So was hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht machen. Bitte. Bitte. Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich nicht finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich. Töte mich doch. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Schatz, Aiden Pierce. Ich hab seine Wichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Ich kann es nicht mehr weglaufen. Ich kann es nicht mehr weglaufen. Yo, Maurice. Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur zwei Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Schaudi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich mein, du siehst gar nicht, welch fieses Gang-Drama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Habt die Bullen gerufen? Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann. Jaudi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Verdächtige wahrscheinlich bewaffnet. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Arsch. Chicago Police. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Weiß-Ride. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen. in den Katakomben des May-Stadions. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Echagen des Stadions. Rogers ist aufwollt now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7-Rekord last season. We're watching an epic confrontation between two old Rivals here today. And this game couldn't be any closer. Big Base-Steelers on this team with 27 Steels this series. But Sanova's watching them like a Hawk. That's a pitch and a hit and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both middle course experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon and it could go either way. Sanova pitches, that's a big hit! Was zu sehen? Nice. Alles ruhig. Da ist ein bekannter Vice-Roy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Mach mal halblang, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Okay. 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 Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Okay. Okay, schluck den Keller. Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Mann, das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Vice-Roy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Moment, ey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gibt Ihnen nichts, was Sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise, bitte. Ben, die Polizei wird gleich den ganzen Komplex erpringeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Hey, und Sie, Alan? Ja, bin ich. Gibt es den Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erste Schlitte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Furfen im Untergeschoss, also kriegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Ihr wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spaß wird reichen. Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, give me Barry. Das stimmt. Hier ist PH2 und hier oben sieht alles ziemlich übel aus. Der Stromausfall hat ein paar Fluglichter zerstört. Vielleicht gibt es Verletzte. Die Menschen strömen aufs Spielfeld. PH2, die besprechen ist, jetzt zieht ihr euch auf. Das ist die Leute zu starten. Warten Sie. Ha! Ha! Wo bist du, Joey? Was? Weg! Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund dient mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass's, ist mir egal. Ich muss. Da ist gerade ein Haufen Kopf vorbeigerast. Oh, versteckt mich der Kerl. Kann ihn. Verdammt, haben ihn verloren. Was? Ja. Hatte mich. Ich bin so. 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 Schuss. Ich bin so. Ich bin so. Hier ist nichts. Irgendwelche Sporen?